So, jetzt ist hier wieder so ein geiles Swat-Ding, was wir da übertrieben gepanzert haben. Ey, hier waren wir doch am Anfang. Ja, davon erinnere ich mich. Oh, ja. Das kenne ich noch. Zurück zu den Wurzeln, oder was? Och, hier kann man sich mal... Kann man mal geben. Das ist geil. Altag. Wir müssen die Zivilisten rausbringen. Lauf, 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 lauf. Ich lauf doch schneller. So, hier kann man das nochmal benutzen. Ach, keine Ahnung. Ui. Du verpiss dich jetzt erstmal. Bloß hier wird so ein Epic-Battle, Alter. Ja, das wird so ein richtiges Epic-Battle. Ja, ich sollte in Deckung gehen. Ja, ich sollte definitiv in Deckung gehen. Ja, ich sollte in Deckung gehen. ja erst mal deren sein ding erholt kommt ja mache ich gleich erst mal einsam in jahre schräg mir nie an so alle wo habe ich überall bis geslebt alter hier und hier da auch noch da auch noch erstmal wegwerfen das ding sag jetzt wiederholen so mittlerweile müssten wir aber 12.000 haben ja das kann so was das 12.000 hat das bringt schnellere wechsel in und aus dem self-modus verwendet hoffentlich ist das tarnfeld den gute gibt ja nicht so tolle sachen mittlerweile nein ich dachte jetzt in die wand gepackt er diesen jahr wird und jetzt willst du denn von mir jetzt soll ich hier einsteigen oder wird benutzen push push ach wie geil da muss also drauf trainieren dann schießt das jetzt kommt wohl ein level wo ich nur mit dem mg schießen muss die irgendwo ich 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 will diesen Rhein-O-Fir blocken! Echo 15! Get it done! Unsicherer Hafen. Central Station, New York. Oh? Hammer. Hammer. Okay. Das war jetzt gar keine MG-Mission? Ist ja gay. Oh, hi. Echo Fritz machen sie... Oh, das Tor auf. Homo, ey. Willst du machen gegen meinen ausgeprägten Stirn? Nein, äh, gegen meinen MG. In solchen Dingen lebt ihr also, oder wat? Wie, kann ich nicht mehr aufheben? Muiii. Fiss ich. Abreißen. Ja, äh, toll. Und äh, jetzt? Ah, hier lang. Sehr schön. Ich bin hier auch neue Waffen und so. Nein, natürlich nicht. Warum liegen die, dachte auch wahrscheinlich. Jawohl. Nein, hier liegen keine neuen Waffen. Aber überall, überhaupt Sache, überall Waffenboxen, ne? Ja. Ja, das ist natürlich... Hä? 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 US-Army... What? Ach, muss ich da jetzt hochspringen? Ja, kann man noch mit MG-Gut. Sehr schön. Ja, 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 ja. Hi. Okay. Der Molucken? Mach ich. Ich. Hallöchen, Pupöchen. Gesüßen. Alter. Alter. So. So, das war's mit dir. Oh, dieses MG, ne? Beste auf der Welt. Wie. 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 Das ist so geil, alter! Oha, wo? Wo. Wie. 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 ja wo muss ich ihn jetzt hin hier wahrscheinlich runter nein nein direkt mal töten so muss da war es so geil die im nahkampf auch zu ficken so tot 84 meter bis dich kleine schlampe das ist noch nicht ungefühlig habe bestimmt schon 13.000 er gibt 14.000 das ist der fk ist dich heute den mag ich nicht so warum oder was dein ernst dieses spiel ist es so minderwertig ich würde am liebsten jetzt gerade so schreien wirklich ich würde jetzt gerade so gerne so laut schreien das ist doch nicht deren ernst oder vielleicht wollen kann ich jetzt nicht gucken kann ich jetzt nicht weiterlaufen das ist doch nicht deren ernst ich mache jetzt einfach durch du kannst mir meinen platten ich meine ok selber schuld aber warum setzen diese verkackten dinger so ewig weit auseinander so hier was man was was stürbt dankeschön Nummer 1 Was ist das denn? Super, nicht eingetötet. So gefällt mir das. Alter. Ja, ist klar. Shit. Der ist noch nicht tot. Okay. Jetzt ist er tot. Fuck. Farmer droht Punkt. Oh Jungs, ich kann grad nicht so viel reden. 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 Ich kann grad nicht so viel reden.